Musik Jetzt haben wir ein Video gesehen, in dem behauptet wird, Kindergarten, dass die Oppositionsparteien quasi gegen diesen Kindergarten gestimmt haben, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass die Partei dagegen stimmt. Nein, das stimmt also absolut nicht. Es wäre schon so wahnsinnig, von den Oppositionsparteien zu sagen, ich stimme gegen einen Kindergarten, der ja laut Studie unbedingt notwendig ist. Genau, ja. Es ist uns jetzt aufgefallen, dass immer mehr Dringliche von der ÖVP in den letzten Sitzungen kommen, wo so push-push, irgendwas durchgepatscht werden soll, ohne richtige Planung, ohne Kostenvorenschläge einzuholen, schon ein paar, aber nicht so wirklich richtig. Also, ja, unsere Serie der Gespräche mit den Parteien, Positionierungsparteien, gedeihte heute mit der FPÖ, vielleicht fangen wir mal an, so ein bisschen über die letzte Zeit, über das letzte Jahr mal nachzudenken oder über die Periode. Ja, gerne. Also, kurzen Worten, es war ein Gewirkst, mit der Gewirkst ÖVP in ihrer Absoluten. Es ist es so, dass diese absolute Mehrheit natürlich dazu führt, dass die ganzen Ausschüsse und die ganzen Gemeinderatssitzungen von der ÖVP dominiert werden. Sie lehnen also sehr konstruktive Vorschläge der Opposition und auch von uns wurden eigentlich 80 Prozent niedergestimmt und wir haben zum Beispiel Forderungen aufgestellt, wie die Unter- oder Überführung bei der Bahntrasse. Da stehen die Deutsch-Wagrammer bis heute, wie wir das ungefähr so ausgerechnet, fünf Stunden im Monat im Stau. Die Verhandlungen laufen laut dem Bürgermeister schon seit Jahren. Es passiert heute nichts. Das ist ein Punkt, dann wir haben immer wieder darauf hingewiesen, auch dass die Kassenärzte in Deutsch-Wagramm ein Problem werden. Der Bürgermeister hat zwar Wahlärzte angesiedelt, die Kosten aber von einem Wahlärzt, das wissen wir alle selber, der erste Besuch 120, 130 Euro, später dann die Nachbesuche vielleicht 80 bis 100 Euro, ein bisschen was kriegt man zurück von der Gebietskrankenkasse oder von den Krankenkassen. Aber das ist ganz einfach. Eine Familie mit ein, zwei Kindern ist das nicht zumutbar. Ja, man kann dann sagen, okay, pendelt es heute aus, geht es heute nach Wien zum Orzt oder nach Gensendorf oder auch, das ist ganz einfach nicht zumutbar. Der Stadtrat Nikitscher hat eben in einem, unlängst in einem Interview unter Neuen eben zugegeben, in dieser Kausa schon seit 2015 zu arbeiten. Leider passiert ist nichts. Und er hat auch dann in dem Schlusssatz angegeben, dass er gesagt hat, es besteht keinerlei Realisierung dieses Projekts. Also das ist für mich so, wie ich habe die Flinte ins Korn geworfen, ich glaube nicht mehr an den Erfolg dieses Projekts. Und das ist eigentlich ein Ohrmutszeugnis. Jetzt haben wir ein Video gesehen, in dem behauptet wird, Kindergarten, dass die Oppositionsparteien quasi gegen diesen Kindergarten gestimmt haben. Was ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass die Partei dagegen stimmt. Nein, das stimmt also absolut nicht. Wäre schon so wahnsinnig von den Oppositionsparteien zu sagen, ich stimme gegen einen Kindergarten, der ja laut Studie unbedingt notwendig ist. Wir haben noch eines draufgesetzt, wenn schon, wir waren ja gestern, also ich war gestern bei dem Spatenstich in der Feldgasse dabei, wenn schon ein Kindergarten dort gebaut wird, dann könnte man ja gleich Wohnungen draufstehen. In anderen Ländern ist schon so eine Regelung, dass so ein Flachbau ja gar nicht mehr genehmigt wird. Das heißt, es muss laut den Richtlinien dieser Gemeinden oder Städte, muss etwas draufgekommt werden. Was hat die ÖVP gemacht? Einstimmig abgelehnt. Was ja die Berufssituation ja eh ohnehin angespannt ist. Na, auf jeden Fall. Man hat sich zwar jetzt von Seiten der ÖVP gesund bei der Eröffnung, bei dem jungen Wohnen, nur stellt sich jetzt heraus, dass eben dort Gesamtkosten pro Quadratmeter in der Höhe von über 10 Euro anlaufen. Das ist also nicht unser Zugang. Wenn wir sagen, ungefähr 8 Euro, 8,50 Euro sollen die maximalen Kosten für dieses junge Wohnen sein, damit auch die jungen Leute in Deutsch-Wahrgang bleiben, damit sie nicht auspendeln müssen, damit sie sich ja nicht einen Wohnort woanders suchen müssen, das ist unser Zugang. Jetzt, wir haben mit anderen Parteien in der Ausschau gesprochen und es wird da irgendwie so ein fluter Eindruck, kommt da, dass es eigentlich keine längerfristige Planung gibt, speziell im finanziellen Bereich, also dass das, normalerweise hätte das auch fünf Jahre genauso gestiegen. Genau, ja. Es ist uns jetzt aufgefallen, dass es immer mehr Dringliche von der ÖVP in den letzten Sitzungen kommen, wo so husch, husch, irgendwas durchgepatscht werden soll, ohne richtige Planung, ohne Kostenvorenschläge einzuholen. Schon ein paar, aber nicht so wirklich richtig. Also, es entsteht so der Eindruck, wenn man da ein paar Projekte so durchpeitscht und fräst oder stirbt, weil wir haben eh die Absolute, wir machen eh, was wir holen. Der Wähler hat eben die ÖVP bei der letzten Gemeinderatswahl eben mit dieser Absoluten ausgestattet, was meiner Meinung nach natürlich schlecht ist. Egal, ob das jetzt auf Bundesebene, auf Landesebene ist, absolute Währheiten finde ich überhaupt schlecht. Und der Wähler hat natürlich jetzt am 26. die Gelegenheit, diesen Umstand zu ändern. Und da hoffen wir natürlich für die FPÖ, wer wundert, auf Stimmen zugewinne. Uns bläst natürlich bundespolitisch halt ein rauer Wind entgegen, der halt auch vielleicht auf die Gemeindeebene durchschlagen wird, was wir nicht hoffen. Wir haben gute Arbeit geleistet. Wobei natürlich Gemeinde oder Kommunalwahlen ja doch schon ein bisschen auch andere Dinge haben. Ich meine, es beeinflusst sicherlich auch, aber ich glaube, es ist einfach doch schon ein bisschen... Ich glaube, der Wähler kann jetzt mittlerweile schon ein bisschen unterscheiden. Ja, glaube ich auch. Also, ich muss sagen, ich bin ja kein Ein-Mann-Team. Ich habe noch sehr gute Leute hinter mir. Das ist mein Stellverträter, der Matthias Hittinger, dann kommt die Frau Gabriele Bauer, die Frau Gabriele Benes, der Rudolf Burrisch und die Christine Glinserer. Und weil alle so auf der Frauenquote herumreiten. Wir haben unter den ersten sechs Kandidaten drei Frauen. Und das sind keine Frauen, die jetzt irgendwie Quotenfrauen sind, aber sie sind tüchtig, leisten hervorragende Arbeit. Und ich bin ganz, ganz stolz auf das Team. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir eben bei der Wahl reissieren können und dass uns der Wähler das Vertrauen schenkt. Unsere Hauptforderungen sind eben mehr direkte Demokratie auch in Deutsch-Wagramm bei wichtigen Sachen. Und dann stockt der Bodenversiegelung in Form von keine Umwidmung mehr von Grünflächen, landwirtschaftlichen Flächen im Bauland. Dann die Forderungen mit den Kassenärzten, mit der besseren medizinischen Versorgung. Da gehört auch eine Aufwertung und Verbesserung natürlich, dass der Tagesklinik in Gensandorf dazu. Weil es kann nicht ganz einfach sein, wenn ich nach 18 Uhr einen medizinischen Notfall habe, dass ich dort hinfahre. Und das ist keiner dort. Kein Arzt. Und die schicken die Leute dann wieder nach Misselbach weiter. Was dann wieder einen weiteren Weg von 15 bis 20 Minuten bedeutet, was oft lebensbedrohend sein kann. Das darf man nicht vergessen. Und für das setzen wir uns auch ein. Diese Resolution, die ich im Gemeinderat eingebracht habe, die ist einstimmig angenommen worden, obwohl im Landtag die ÖVP und die SPÖ dagegen gestimmt haben. Also das war sehr bemerkenswert. Ja, und dann mit uns gäbe es auch wieder einen Startbus. Wir haben da schon Kontakte geknüpft. Und das Istmobil, was man von den Benutzern hört, ist ineffizient, mit sehr hohen Wartezeiten verbunden und mit hohen Kosten. Man kann sich mit einem hohen bürokratischen Aufwand, den man sich dann zwar auf den Gemeindeamt zurückholen kann, aber das ist irrsinnig mühsam. Und da wird Weg verbunden. Ja, mit Weg und Zeit verbunden. Wir haben doch schon einige Projekte. Ja. Gibt es etwas, was die Priorität hat? Ja, also das ist sicher die medizinische Versorgung in Deutschland. Und das ist eines unserer Hauptthemen. Ja, wir haben wirklich sehr viel in kurzer Zeit abgearbeitet. Bemerkenswert. Ich möchte nur kurz etwas einflechten. Und zwar, da habe ich noch einen Handschuh von der ÖVP, von der letzten Gemeinderatswahl, ein Wahlgeschenk herausgefunden. Da steht, die beste Arbeit ist die Zusammenarbeit. Ja. Also, von der war leider in den letzten fünf Jahren nichts zu sehen. Ja. Die ÖVP, wie gesagt, hat alles niedergestimmt. Und dann würde ich auch noch den Herrn Bürgermeister ein sehr gutes Buch empfehlen. Gibt es in der Bibliothek. Mensch bleiben in der Politik von Clemens Sedmark. Da wird also herausgefunden und wird erläutert, dass eben Politiker, die sehr lange an der Macht sind, beginnen in einer Art Blase zu leben. Ja. Und für die Wirklichkeit eigentlich gar nicht mehr empfänglich sind. Ja. Das ist auch anhand von dem Experiment, da hat es ein Experiment in Stanford gegeben. Da wurden die Rollen zwischen Studenten, Wärtern und Häftlingen vertauscht. Und diese haben dann schon innerhalb von ein paar Tagen die Rollen verinnerlicht. Ja. Und haben so den Charakter der handelnden Personen komplett verändert. Also, der Student ist zum Häftling nun und der Wärter zum Studenten und so weiter. Also, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Und das passiert eben, wenn Politiker sehr lange an der Macht sind. Und wie gesagt, ich sage immer, der Herr Bürgermeister Quirkst ist der Kim Iljung von Deutschwanker.